Die Testfallerstellung ist unter Aqua besonders einfach. Sie benötigen nur einen Testfall, den Sie beliebig mit Schritten und Bedingungen versehen und parametrisieren können. Genau dieser Testfall kann dann ausgeführt werden oder zusammen mit anderen Testfällen in einem Testszenario zusammengefasst werden. Unter dem Menüpunkt Navigation wechsle ich auf den Reiter Testfälle. Hier sind alle bisher erstellten Testfälle meines Projektes sichtbar. Klicken Sie auf Neu. Dies ist kontextbasiert. Bin ich also im Reiter Testfälle, erstelle ich einen neuen Testfall. Bin ich im Reiter Anforderungen, erstelle ich eine neue Anforderung. Beim Betätigen des kleinen Pfeiles darunter kann ich aber auch andere neue Elemente anlegen. Nun öffnet sich die Testfallerstellungsmaske. Im oberen Bereich sehen wir die Metadaten, die den Testfall beschreiben. Diese sind frei konfigurierbar über die Projektkonfiguration. Darunter ist Platz für Ihre Beschreibung. Ganz unten ist eine Liste der bisherigen Ausführungen mit deren Status. So einfach ist es also, einen Testfall zu erstellen. Aktuell cess